Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead. Ich bin der Baume und wir zocken 400 Days. Und in der letzten Folge da... Ich will eigentlich gar nicht weiterspielen. Es... Nein! 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 Ich fahr zwar gerne mit der Mitfahrgelegenheit, aber das hat bis jetzt immer Spaß gemacht irgendwie. Das ist derbe uncool, was hier passiert. Oh Gott sei Dank sind wir aus dem Auto raus. Oh bitte! Bitte, bitte, bitte! Halt hier an, lass mich raus! Und keine lustigen Spielchen mehr mit, äh... Erzähl mir, wie groß ihre Möpse waren und wie scharf findest du die Zombie-Braut da drüben. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ich werd, äh, die Beine in die Hand nehmen. Okay, bleib schade. Just stopp being a pussy. Äh, ich geh jetzt, tschüss. All right. Oh, shit! What? Nein, jetzt passiert nicht das, wovon ich denke, dass es passiert, dass es das tut. Nein, bitte lass nicht zu, dass ich die Story ist jetzt verknüpfen. Get the fuck down, man! You don't want to be there! Get to the truck! I'll cover you! Ahhhh... Look how good you did! Ahhhh... I'll cover you with them. All right, yeah. Ah, das ist der Spirit. Let's push this truck for cover. Okay. Okay, das ist mal tatsächlich... Just keep your head down. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Okay, ist auch sehr naheliegend, die Idee. Ähm... Da drüben steht er also. Red's Dinner ist... Shit! Just keep pushing! Oh, Gott. Okay. Ne, Quatsch, ich verstehe. Die Stories können sich gar nicht verstrecken, weil... Wait, wait, wait. Den Typen, den wir als erstes gespielt haben, der so ein bisschen aussah wie der Dude, der hat ja schon auf den Truck geschossen. Shit! Oh, Mann, der ist gut! Der ist... Wer auch immer da schießt, ist verdammt gut! End of the road! What now? We're gonna get around the side of the building. We gotta go from cover to cover. Seriously, this time. I'm not fucking around. Du kannst ernst sein? You gonna cover me? We get to that car. We'll be out of the line of fire. Here. You can cover me first. I'm fucking around. You cover me, then I'll cover you. Or if you want to go first, that's fine too. Okay. Okay. Ich kaufe dir das ab. I'll go first. Ich will dir das noch... Attaboy, Russ. All ass. Ich will dir das noch einmal abkaufen. Okay, gut. Ja, mach tatsächlich was. Wie auch immer, Mann, ein... Sag mal, ich darf einfach nicht auf mitlaufen. Okay, ich bin gut. Heads up! Fang, 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 fang! Shit, 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 shit! Ja, komm! As soon as you start shooting, I'm coming! Now we get over there and we should be good. Go! Wie viel Munition haben wir denn noch? Okay. Ja, das klingt immer so knapp, aber das ist ein Torchner. Der wird mich schon nicht treffen. Das ist alles Taco, alles Taco. Ah! Geil, sehr geil, danke. Boah, alter, alter. Du hast mein Leben saved. Alles klar, wir haben mehr Arbeit zu tun. Mal sehen, ob wir in die Richtung zurückkommen können. Und ich dachte schon, er hätte einfach nur komplett den Verstand verloren. Ja, und du wirst meine Oma wahrscheinlich noch durchbumsen, so wie ich das in der letzten Folge gehört habe. Ist der angekettet? Der ist doch wohl nicht... Äh... Ah, nee, ist noch... Das ist der Dude aus dem... Russ, komm! Ist das hier etwa auch der Ort, wo die sich verbunkert haben? Ja, den Typen will ich nicht helfen, der ist ein... Ja, doch, das ist der Ort, wo die sich in der... Okay, klar, lass uns deinen Kopf hochziehen und folgen mir, du hast es. Okay, wir werden uns fucking kalt sein. Wir werden uns auf diesen Sonnenblatt und ihn rausnehmen. Hörst du mich? Nicht ein fucking Beep. Lass uns gehen. Also wenn man das Wort Beep zusammen mit fucking in einem Satz bringt, dann kann ich mir Schmunzeln nicht verkneifen. Check durch das Fenster, see if there is anyone else. Okay, ich will nirgendwo dagegen rammeln. Okay, einer, einer sitzt da am Fenster. Ich will nicht irgendwo dagegen rammeln. Äh, passt schon, passt schon. Ich gehe einfach zu ihm zurück und sage jetzt, da sitzt einer am Fenster. Ich glaube, ich habe einen Mann gesehen. Keine Scheiße. Hörst ihn. Ich werde dich aufhören. Das hört er nicht? Die Tür knarzt. Das muss er doch hören. Warte, wir sind mit ihm direkt in einem Raum. Stupse den linken Stick vorsichtig nach vorn, um dich anzuschleichen. Drücke den linken Stick kräftig nach vorn. Mal gucken, wie feinfühlig ich bin. Ich würde mich gerne anschleichen. Und jetzt Kamabanga! Don't fucking move! Walt! Ow! Get the fuck out of here, you monsters! Whoa, Gramps! I told you not to come back here. Think you could just leave your mask at home? And now you're with this fucking spook! First off, watch the fucking racism. This is my boy. Secondly, I don't fucking know you. We were just passing by like anyone else. Bullshit! You came back to finish us off and take all our food! You've lost your goddamn marbles. She's dying and now she can see your face. Shut up. She can see who took her from me. We've never been here, sir. Then who shot my wife? Wasn't us! You tried to kill us for no goddamn reason. If anything, we should take you out for that. Please just get the fuck out of here. Please leave us alone. What do you say, Russ? Should we just kill these folks and take all their stuff? Alter, was soll der Blick? Nein. Nein. Der Typ ist so strange. What? Ich find's total gut, dass wir gegangen sind, ey. Mit dem will ich überhaupt nichts am Hut haben. Selbst wenn er uns das Leben gerettet hat. Das ist mir scheißegal. Alter Schwede, der war krank. Der Typ war krank. Der war richtig, richtig... Der hätte uns als nächstes wahrscheinlich aufgefressen, sobald das Essen knapp wurde. Der hätte uns auch gekillt. Auf jeden Fall. Wenn der die killt, arme alte Leute, ich hätte dem Oppi das Gewehr weggenommen, ja, und gesagt, schönen Dank, damit schießt du jetzt auf keinen mehr. Und dann wäre ich gegangen, weil der ist auch keine Gefahr für mich. Alter Mann, der fast einen Herzkoller kriegt. Und dann hätten sie zwei Zombies mehr dort. Okay, finden wir heraus, wer Bonnie war. Und dann, dann haben wir es, oder? Sie ist die Letzte. Oh mein Gott. Und dann? Ich werd aus dem ganzen Ding nicht schlau. Ich hoffe, das gibt dann irgendeinen Sinn. Ich hoffe, das gibt einen Sinn. Ich will mit Russell nicht umsonst diesen strangen Typen getroffen haben. Wie auch immer er hieß. Scheißegal. Ich find den so komisch. Er ist einfach so komisch. Ah! Okay, ich habe einen. Ein Schneck für eine Tone. You're so bad at this. Would you rather have a Snake for a Tone? Offer. Or Lobsterklau for hands? Bonnie. Tag 236. Ah! Kann ich die Schlange kontrollieren? Gute Frage. Kann ich diese Schlange kontrollieren, oder hat sie frei Reign? Frei Reign? Well... Ich denke... Ich denke... Ich denke... Ich denke... Und wie genau du dich denke? Ich denke... Ich denke... Ich denke... Both. Der Hauptpunkt der Spiel ist zu wählen. Aber sie sind so viele Attraktive Optionen. Ja, du hast mich da. Ich denke... Wie geht es? Ich denke... Ich denke... Ich sollte wahrscheinlich stoppen Sie mit stupenden Hypothetikalen. Oh, komm. Du bist viel weniger Spaß. Nein, ich hätte das andere nehmen sollen. Das ist richtig. Und du bist älter als Zutat. Du bist ein guter Freund, Leland. Ich weiß. Okay, du bist nicht so groß. Schau, du wirst nicht mehr gehen, oder? So lange, als wir zusammen sind, bin ich da für dich. Du musst dich nicht mehr überraschen. Du wirst das, oder? Ich weiß. Gott, Leland. Danke. Leland? Bonnie? Nee. Hey, honey. Honey? Ich habe uns etwas gefunden. Was sind Sie da? Nur ein Gespräch. Gespräch, oder? Was ist das? Du, eigentlich. Oh? Was ist das? Ich habe nur hier erzählt, Leland zu erzählen, wie ich mich dankbar bin. Du weißt, um mich zu helfen. Wirklich? Ich habe dir ein Präsent. Oh, du solltest nicht. Was hast du gefunden? Ich erzähle dir später. Ich will nicht, um deine Gespräche mit deiner Freundin zu interrumpfen, aber wir müssen gehen. Sie wird sowas von weggepitscht. So, woher hast du den Bruder? Diese Frage werden wir dann in der nächsten Folge beantworten. Spiel ich gerade eine Frau, die sich an einen Kerl ranmacht? Ich weiß nicht. Ich finde, es fühlt sich seltsam an. Ungewohnt. Ach, das geht mir irgendwie alles zu durcheinander. Ich habe das Originalspiel mehr gemocht. Da war ein schöner, klarer Handlungsstrang irgendwie. Und hier switchen ständig die Leute. Ich komme immer noch nicht auf den Typen mit dem Van klar. Oder mit dem Truck oder was das war. Mit diesem durchgeknallten, der dann die zwei Alten erschossen hat. Ich komme darauf nicht klar. Ich kann das gar nicht verarbeiten. Wir sind auf einmal völlig woanders. In meinem Kopf spielen sich gerade noch ganz andere Sachen. Ich kann mich gar nicht auf die beiden konzentrieren, wie sie da im Regen stehen. Und dann kommt irgendwie noch so eine Olle. Und ehrlich gesagt, interessieren die mich gar nicht. Ich finde, ich habe gerade eben irgendwie, keine Ahnung, gefühlt, fünf verschiedenste Storys erlebt mit verschiedensten Leuten hintereinander weg. Es ist gerade echt viel. Weil ich habe versucht, das irgendwie alles im Hinterkopf zu behalten. Ich kann mich gerade überhaupt nicht mehr auf das Aktuelle konzentrieren. Weiß nicht. Das ist mir too much. Ist das auch too much? Ihr habt es ja gut. Ihr könnt es ja schön versetzt gucken. Mir tut gerade echt ein bisschen der Kopf weh. Doch, wirklich. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und Reingehaut. Juhu. Byeu. Byeu. Vielen Dank.